Haben wir bei Sims 4 bunte Babys bekommen? Und das erste Elternteil bekommt die Farbe Blau. Haben wir denn noch Make-up? Das muss natürlich auch blau sein. Oh no. Das lassen wir lieber. Und der männliche Sim bekommt die Farbe Gelb. Ah, meine Lieblingsfarbe. So, das Blond von Sims kommt ja schon sehr an Gelb ran. Sieht dann so aus. Wow. Meine Augen tun so weh, wenn ich ihn anschaue. Was passiert, wenn man Gelb und Blau mischt? Die Grundfarben Blau und Gelb ergeben die Sekundärfarbe Grün. Hier ist eh alles ziemlich grün und ich wünsche euch beiden ganz viel Spaß. Und wir schicken Eva auch direkt aufs Klo. Die soll einen Schwangerschaftstest machen. Wir drücken ganz fest die Daumen. Und es ist tatsächlich passiert. Yay, yay, yay.